Ja, hallo, chilling Knautsch on Air, ich bin der Oli, wir spielen die Sims 4. Ja, und Moni ist weit am Rennen. Die läuft sich tatsächlich die Seele aus dem Leib. Der Knautsch, der hilft da ein bisschen. Macht so ein paar Übungen mit. Darf jetzt auch gerne mal die Grenzen gehen, ja, ansonsten unterhält er sie. Wir kriegen das hin. Moni, kann das schon ein bisschen wer sehen? Hat sich da was verändert? Ich meine, wenn sie ihr Nachtgewand umwirft, sieht das noch nicht ganz so spannend aus. Aber ich glaube, naja, vielleicht kann man hier Stück für Stück was erkennen. Ja, wir sind weiterhin dabei, die Monika praktisch auf einen, sagen wir mal, ganz neuen Level zu heben. Den Level des wenigen Gewichts. Und bis dahin, wir melden uns wieder. Macht's gut und tschüss.